Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute war ich Snowboard fahren. Das Wetter war nicht sehr, sehr gut, aber es ging noch. Ich konnte zwei, dreimal fahren. Ich war auf dem Titlis. Und jetzt sitze ich in der Gondel. Mit dieser Gondel fahre ich wieder nach unten, weil oben ist so eine schlechte Sicht, dass ich nicht selber runterfahren konnte. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Snowboard fahren oder Skifahren in den Bergen. Aber wisst ihr was? Sucht euch gutes Wetter aus. Tschüss!